Leute, es ist soweit. Es kann endlich losgehen. Charaktertransfer von den einen Server auf den anderen Server. Endlich mit den Kollegen wieder zusammen zocken. Rein da in die News. Also, es ist tatsächlich soweit, gerade jetzt. Wir haben es hier in Deutschland gerade den 20.10. mitten in der Nacht. Und ja, es kommen gerade die News raus zum Patch, beziehungsweise ich habe es gerade gesehen, zum aktuellen Patch für New World 1.0.3. Und zu diesem Patch, ja, da gibt es natürlich die wichtigsten News der Charakter-Server-Übertragung. Und ja, zu dieser Charakter-Server-Übertragung gibt es natürlich auch noch ein paar detailliertere Informationen. Und die schauen wir uns mal im Detail an. Das heißt, ja, es kommen natürlich jetzt die Wartungsarbeiten oder wenn du das gleich siehst oder gesehen hast, laufen diese Wartungsarbeiten vielleicht sogar schon. Und danach soll es hier unter der Rubrik Shop bei Weltübertragung ein weiteres Fenster geben. Nochmal mit den Voraussetzungen und allem drum und dran. Und ja, diese Infos und diese News und was es da im Detail gibt, das gehen wir jetzt mal im Detail durch. Ja, New World hat uns da auch direkt so eine Art Leitfaden quasi gegeben mit den wichtigsten Fragen, die man natürlich dann auch hat. Zum Beispiel, wie übertrage ich meinen Charakter? Das so als Basic natürlich. Und dazu wird geschrieben, meldet euch mit dem gewünschten Charakter an. Das heißt, also man muss erstmal rein, man muss gegebenenfalls auf vollen Servern sich durch eine Warteschlange durchquälen und online sein. Als nächstes steht dann dort, es wird in diesem Spiel, diesem Spielshop, diesen neuen Reiter geben. Und dort könnt ihr einen Charakterübertragungstoken abholen. Okay, im Shop gucken wir dann nochmal. Und dann ist es wichtig, dass der Charakter die Kompanie verlassen hat. Also raus aus der Kompanie und dann kann man quasi erst den Charakter transferieren. Nächster Punkt ist, außerdem müssen sämtliche vom Charakter ausgestellte aktive Kauf- und Verkaufsaufträge im Handelsposten entfernt werden. Also alle Aktionen, ob ihr irgendwas ankaufen wollt und das reingestellt habt oder verkaufen wollt, alles aus dem Aha rausnehmen. Alles schön einlagern oder wegschmeißen. Ich meine, wir haben demnächst so viel Zeit, noch weiter nachzufarmen. Da kriegt man schon alles wieder rein. Oder halt irgendwo wieder einlagern. Als nächstes schreiben sie, euer Charakter muss sich für die Übertragung an einem geschützten Ort, zum Beispiel in einer Siedlung oder einem Außenposten befinden. Also nicht irgendwo random beim nächstbesten Mob rumstehen. Ist eher schlecht, sondern einfach safe ab in der City und dann ist das gut. Dann wird hier der nächste Punkt auch schon beschrieben. Was kann ich bei der Charakterübertragung mitnehmen? Wenn ich doch so viel aus dem Auktionshaus gerade rausgenommen habe, was will ich alles mitnehmen? Was kann ich alles mitnehmen? Der Charakter behält seinen gesamten Charakterfortschritt. Stufen, Waffenbeherrschung, Titel und so weiter. Also alles, wie der Charakter da ist, komplett bleibt alles so, wie es ist. Darüber hinaus wird auch das Inventar und der Inhalt des Lagers übertragen. Das ist gut. Hoffentlich auch das überfüllte Lager. Ich hoffe es. Das beinhaltet auch Gold und andere Spielwährung. Okay, das kommt auch alles mit. Außerdem werden die Behausungen und Dekorationen übertragen. Ich habe noch gar kein Haus. Wenn ich drüben bin, auf einem anderen Server gegebenenfalls, wenn wir da einen schönen freien finden, dann kaufe ich mir ein Haus. Und der Aufgabenfortschritt wird ebenfalls übertragen. Das heißt, wenn du irgendwelche Aufgaben gerade angenommen hast, übernommen hast, zack, wird quasi auch alles mit übertragen. Was wird nicht zusammen mit meinem Charakter übertragen? Ja, da wiederholt es sich quasi nochmal in den Informationen. Vor der Übertragung muss der Charakter gegebenenfalls aus der Kompanie austreten. Sie wird nicht übertragen. Aktive Kauf- und Verkaufsaufträge im Handelsposten müssen entfernt werden und werden nicht übertragen. Die Freundesliste gilt jeweils für die individuelle Welt und wird ebenfalls nicht übertragen. Aber für sowas gibt es ja Discord, zum Beispiel unserem Discord. Unter dem Video ist der Link dazu. Und da natürlich auch der Bereich für New World mit ganz vielen Informationen, Tipps und Tricks. Und natürlich der Chat für die Community. Dann, was haben wir als nächstes? Wohin kann ich meinen Charakter übertragen? Der Charakter kann in jede Welt einer Region übertragen werden. Ausnahmen sind. Charaktere können nicht in Welten übertragen werden, die bereits voll sind. Dazu gleich nochmal ein paar nähere Infos. Charaktere können nicht in Welten übertragen werden, die sie in Wartung befinden. Außerdem können Charaktere nicht in Welten-Sets übertragen werden, in denen bereits Charaktere auf dem gleichen Konto existieren. Ja, verständlich. Man kann ja immer nur einen Charakter pro Server, pro Region da quasi herstellen. Und dann gibt es hier nochmal einen Punkt, eine Frage. Wird es Möglichkeiten geben, meinen Charakter erneut zu übertragen, wenn ich die falsche Welt ausgewählt habe, die Welt meiner Freunde plötzlich voll ist oder ich mit meiner Wahl der Welt oder ich die Wahl meiner Welt bereue? Eine erneute Übertragung, sagen sie da, erfordert einen weiteren Token. Das heißt, einfach so als Info, es gibt pro Account einen Token. Nicht pro Charakter-Manneken, sondern pro Account einen Token. Erfordert einen weiteren Token, unser Team wird die Weltbevölkerungen und Warteschlangenzeiten im Auge behalten und so die Notwendigkeit bewerten, ob eine weitere Ausgabe kostenloser Server-Übertragungstoken sinnvoll ist. Das heißt, wenn jetzt auf einmal alle Geier auf einen Server gehen und man kommt irgendwie, keine Ahnung, man macht gerade Feierabend, die ganze Gang sitzt da schon auf dem vollen Server, man kommt selbst nicht mehr drauf. Und irgendwann beschließt man, okay, wir suchen uns doch wieder einen anderen Server. Das wird erst dann halt möglich sein, wenn wirklich von New World gesagt wird, der Server ist tatsächlich einfach zu voll. Wir geben da wieder Wegziehtoken aus und dann ist das wieder möglich. Nachdem wir sicher sein können, dass Spieler genügend Zeit hatten, um den richtigen Server für sich zu finden, werden wir Server-Übertragungstoken zum Kauf im Shop anbieten. War klar, oder? War klar, dass das kommt. Wir benachrichtigen euch rechtzeitig, wenn die Token auch kostenpflichtig gekauft werden können. Auch klar. Dazu gab es dann auch noch weitere Informationen, auch jetzt zuletzt noch vom 19. vom Community Manager und auch da werden einige Fragen beantwortet, die das Statement oder die Update-News noch ein bisschen mehr erläutern. Da besteht ja auch immer noch diese große Debatte auch um das Charaktertransferieren aus verschiedenen Regionen. Also regional dieser Charaktertransfer, ich sag mal von US nach EU, Zentral-EU und so weiter. Das war ja ein bisschen missverständlich kommuniziert und da haben wir dann auch geschrieben. Aber als wir feststellten, dass wir bezüglich der Falschaussage Verwirrung gestiftet hatten, waren wir der Meinung, dass wir es der Community schuldig waren und eine Lösung zu finden. Also das bezieht sich quasi darauf, dass sie wirklich versuchen wollen, wenn du jetzt zum Beispiel einen Charakter erstellt hast irgendwo in den USA, weil da der Server gerade frei war und du da schön zocken konntest und jetzt eben nicht eben easy peasy auf einen EU-Server wechseln kannst. Da sind sie dran. Das soll auch noch machbar werden. Das wollen die auf jeden Fall schaffen. Noch ist es aber nicht soweit. Ja, dann nochmal sowas ganz Simples. Gibt es ein Zeitlimit, Zeitrahmen, bis zu dem Spieler die Token verwenden müssen? Nein, da als Aussage. Das Token ist dauerhaft auf dem Konto verfügbar. Es ist einmal, bis es einmal verwendet wird. Also wirklich auf dem Konto, nicht auf dem Charakter. Einmal Charaktertransfer für einen Charakter. Dann gab es auch noch Fragen dazu, ob man sehen kann, wie die Server aussehen, wo man vielleicht hintransferiert. Nein, kann man nicht. Es gibt keine Möglichkeit von außerhalb auf Servern zu gucken und zu sagen, ja Mensch, hier ist alles lila, da gehe ich hin oder so weiter. Nein, man kann sich natürlich einen Charakter erstellen, mal eben gucken, wie es da aussieht und dann wieder von dannen ziehen, den Charakter löschen, bevor man transferiert. Das ist möglich, aber man kann eben nicht von außen sehen, wie sieht denn überhaupt die gesamte Situation auf dem Ziel-Server aus, wenn man einen völlig fremden Server bevölkern möchte. Das geht leider von außerhalb nicht. Ja, und dann kommen wir vielleicht noch zu einem ganz wichtigen Punkt, wo es vielleicht auch ein bisschen Verwirrung drüber gibt. Und zwar die Bezeichnung, dass ein Server als voll bezeichnet wird, bezieht sich nicht auf die Anzahl der Charaktere direkt, die gerade online sind oder so. Sondern es geht darum, dass die diesen Status bekommen. Und wenn die den Status bekommen, bezieht sich das eben auf Peak-Zeiten sozusagen. Es gibt da ja auch Listen, wo man die Server oder die Auslastung der Server in den verschiedenen Zeiten sieht. Und dann ist es so, wenn ihr zum Beispiel jetzt schon mal im Vorfeld sagt, ah Mensch, wir sichern uns mal einen Platz auf einen, einen Charakterplatz auf einen Server, wo wir vielleicht hingehen. Und wenn es dann soweit ist, löschen wir da schnell den, den, äh, Zweit-Account, den zweiten Charakter und transferieren dann dahin. Das geht nicht. Wenn der Server, der Ziel-Server mit eurem reservierten Charakter als Vollstatus deklariert ist, egal wie viele Spieler drauf sind, und ihr löscht euren Charakter da, den ihr da als Platzhalter quasi reserviert habt, dann ist es so, dass ihr da trotz allem keinen neuen Charakter erstellen könnt oder auch nicht dahin transferieren könnt. Also auch das nochmal ein ganz wichtiger Punkt hier von dem Community-Manager. Ähm, das war eine der, äh, letzten Fragen, äh, jetzt hier vom 19. Also wie gesagt, da ein ganz wichtiger Punkt, wenn es ein Server ist, der als Voll bezeichnet wird, keine Chance. Wir hatten das jetzt zuletzt auf unserem Server, der, ähm, zu verschiedenen Zeiten auf einmal als Voll bezeichnet wird. Nachts, wo wahrscheinlich kaum einer mehr online war, konnte man einen Charakter erstellen. Tagsüber, ähm, kam jetzt von, von mehreren Leuten die Rückmeldung, nein, nicht möglich, einen neuen Charakter zu erstellen. Deswegen müssen wir halt eben gucken, wo geht die Reise hin. Tja, das sind so die wichtigsten News dazu. Ganz wichtig, schaut einfach, wie sehen die Server aus, wie voll sind sie wirklich, welchen Status haben die Server und dann geht es los für die Community, die mit uns hier zusammen zockt, dass wir hier zusammen einen großen Haufen bilden. Oder auch an alle, die Interesse haben, mit uns zusammen zu zocken, ähm, weitere News und wann es dann losgeht und endgültig losgeht und auf welchen Server. Das werden wir dann endgültig im Discord benennen, beziehungsweise, ähm, wenn da Fragen sind, auch einfach nochmal anschreiben. Und dann gibt es den finalen Startschuss und wir wechseln gegebenenfalls gemeinsam dann den Server, damit wir auch wissen, alles klar, der Zielserver ist wirklich frei und es können alle da zocken und gemeinsam den Fortschritt hier genießen und das Game genießen. Ja, wenn dir das Ganze geholfen hat und gefallen hat, gerne einen Daumen da lassen für den Kanal. Hier gibt es noch weitere wichtige Infos und News zum Game oder auch zu den Berufen und Skills und so weiter und so weiter. Viel Spaß euch mit dem Game und wir sehen uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Bis dahin. Bis dahin.